Herzlich Willkommen zurück zu World of Warcraft, mit eurem lieben Fluffmo. Hallo, meine Damen und Herren. Und wir werden jetzt immer noch den netten Herren Typen suchen, den wir besuchen. Den netten Typen suchen, den wir besuchen. Ich hoffe, dass der Herr dann da auch mal aufsteigt auf sein Moped. Achso, ja. Geht sofort los. Das könnte jetzt hart wenig durchkommen. Vorsicht! Ich wohne erwischt, ich wohne erwischt, ich wohne erwischt. Dann lauf erstmal weiter. Wieso hat der ein Begleiter den Dino? Wenn der Begleiter den Dino hat. Hier erstmal rauslaufen. Und dann hier... Hoch dann erstmal. Irgendwie versuchen hochzukommen. Hey! Dann laufen wir erstmal hier noch weiter. Und tun dann erstmal diesen Rabenob in die Schnauze hauen. Das ist ein Rabenob? Ja. Ja, nice to have, Alter. Man, ich komme nicht hoch. Dann hör mal mit. So, dann... Klatschen wir erstmal den Rabenob. Der kehrt erstmal voll ins Gesicht. Der war gerade ein bisschen Dauer gestand. Wo ist er hin? Schon tot? Ja. Der hat was schon? Schon tot. Ah, jetzt geht's. Dann steigst du aus deinem Motorrad oder whatever dein Reit hier ist. Läufst ihn wieder rein, wandelst dich wieder um. Und dann geht's erstmal hier weiter. Ist ja schon geil, dass man hier drinnen laufen kann mit seinem Reittier, sag ich mal, ne? Und die dich trotzdem nicht entdecken. Das finde ich ja eigentlich ein bisschen komisch. Aber naja, was soll's. Eigentlich ist das voll schön hier, ne? Du bist halt im Endeffekt einer Gestalt. Ist er tot? Nee. Zwei Sekunden? Nee. Wenn du Zeit hast, ist es in der Welt, weil ihr... ...bietet... ...oder... ...Datensagen... ...irgendsabgehen... ...neusabgehen... ...weilverlaufbau... Hm. Hm. Irgendetwas stimmt... Entschuldigung, dafür? Wo bist du? Da hinten. Ich sehe... Ich steig sie mal von ihrem Reit. Fährt runter? Das ist ein Drache. Ein lila Windreiter. Ehm. Ach, das ist mir doch egal. Ich mag den nicht. Warum nicht? Was ich das nicht mag, irgendwie gefällt er mir nicht. Ich finde den nicht. Ich finde das Reit hier total richtig. das motorrad lieber so wo sind sie also bescheid wenn sie unten angekommen sind gut dann auf geht sie auf ihren reiz hier aufpassen aber was passiert wenn ich da jetzt mal gehe ich bin versteckt wo sie ist mich nicht mehr hallo das ist ja kommst du immer ein bisschen weil das mann wir sollen irgendwo acht hier genug für die bedürftigsten die anderen willkommen hallo was geht ich glaube ich wurde erwischt so die kürze ich jetzt angekommen jetzt hast du bestimmt die quest eine frage des mitgefühls ja jetzt von der zumindest wieder auf dem gleichen stand wo bist du denn da drinnen was machst du da drinnen die dame ach so was hat sie fieber grüße sie steht wieder auf unsere ära ist gekommen aha also okay also jetzt muss ich jetzt weiß ich wie wenn frauen liegen oder wenn sie aus dem bett kommen weiß ich wie sie aufstehen erst mal arsch voran alles klar ja so hat die dame mir da gerade gezeigt dann haben wir da hinten noch was bevor wir nachher die oberen machen einwohner wiederbelebt zwei von vier okay ich hatte eben nur einen gemacht aber das ist okay ist noch vorbeigesprungen den machst du gerade ne guck mal da ist ein Händler was handelt der denn so schön ist eh was handelst du denn so handelst du was schönes drei von vier mal aber boah für zauberte knallfrösche was heult so rum zu heulen leben geht weiter ist es hier vorne so ne irgendwo felsen ich habe ein ziel für euch handelst du auch noch ne wildquiz annehmen ja mal einfach mal an der ist da kommst du ich bin da warte ach der ist da oben auch keine ahnung wie man da oben hinkommt das werden wir jetzt gemeinsam finden und ich gehe auf pad ich gehe auf pad keine täuschung wo müssen wir denn hier hoch ich wurde gesehen ich bleib du verdeckt bleib du verdeckt mach nichts hoch zu kommen aber das habe ich das habe ich auch noch nicht herausgefunden wie man da am besten hochkommt ne hier auch nicht dass es da irgendwie so eine art irgendwie eine leiter oder so gibt ich habe da auch noch keinen plan hallo kann ich helfen die sterne leiten euch es hat mir vorbeigefangen kann sein du fährst einfach an mir vorbei fass mich immer doch ich brauche noch einen kranken bürger mhm das ist aber woanders da fahr ich jetzt erstmal hinten wo es trotzdem bei der weltquests habe ich noch nie rausgefunden ich habe die glaube schon zweimal abgeschossen aber auch nur weil ich denn hier unten stehen geblieben bin und die haben mir dann geklatscht aber ich weiß wirklich nie wie man da hochkommt ich habe keine ahnung kann hier noch tausend mal rumlaufen aber was ändern glaube ich ne das ist es ja was ändern wird das nichts ist das vielleicht irgendwie im keller geht das irgendwie runter oder so irgendwo ne das ist oben auf dem dach da muss man ja irgendwie hochkommen ja alle ja alle ja so wie gesagt ich weiß es wirklich nicht also ich habe es auch noch nie irgendwie herausgefunden wie man da am besten hochkommt ob wir halt auf der falschen ebene vielleicht sind es wird offen Moment mal ja gut abgeschlossen ja gut da haben wir uns gerade gegenseitig eingeladen ich glaube ja 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 grüße ne ach wir haben die ja fertig also vielleicht ja nein vielleicht ja nein vielleicht äh wir haben sie ja fertig ja ich brauche noch einen kranken ne fertig fertig okay dann haben wir jetzt aber hier noch irgendwas was wir machen müssen ach da unten da müssen wir was sammeln wo bist du denn gucke mini karte dann wissen sie wo ich bin ich glaube das hier drinnen kann das sein und der typ ist draußen nur gucken ach dies wäre nicht okay gut dann gehen wir es jetzt wieder ab hier aufgabe abgeschlossen ich hab sie wieder abgegeben bei dem typ mir und der gibt gleich wieder erst mit 10.000 leise so kann sie nur sein nur du so wir werden sie finden so was haben wir denn jetzt hier noch zu tun noch spricht und stapel so liefern okay ich hab jetzt spezialisierung also stapelbriefe und sprecht mit dem dingsbums also ich muss ehrlich sagen äh sumara ist für mich eine der städte wo ich mir sage kompass oder atlas oder also hier verläuft ihr echt oder kompass nein atlas nein navi navi ist doch viel geiler ja heutzutage ist ja navi wie geiler navi 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 ich glaub das ist irgendwo hier unten aber wo ah ist klar müssen wir ich habe ihr das regel gezeigt und lass mich die abschließen und lass mich die nächsten annehmen wir haben wir noch einiges zu tun geht im licht der sterne geht im licht der sterne jetzt müssen wir gucken aha da hinten müssen wir das machen wir müssen hier noch sammeln vorne zum beispiel irgendwas funkelt hier ja dazu wird ja auch gezählt ne ne doch es war eine flasche dingswein habe ich jetzt hier ist nochmal so eine flasche du hast nur eine ich hab ich hab jetzt vier fünf argwein ich hab zwei sechs nein keine täuschung scheiße der fuhr erwischt hm du musst doch acht geben da drauf oh du hast mich schon gesehen wa oh das sind aber noch nicht viele äh bist du eigentlich bei dir wieder bereit oder so also ich muss auf jeden fall drei von die komischen dinge hier töten hat gerade gezählt bei mir ja zwei von drei habe ich jetzt äh entweder du kommst jetzt zu mir oder du bist du denn oder ich glaube bei dir sieht es auch gerade so ganz so gut aus ich bin hier gerade am feiten aber dass das läuft das läuft heilige nova macht das schon also in dem normalen zustand kannst du diese dinge ähm sozusagen holen du hast ja die briefe davon ach man ey 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 jetzt glaube ich bist vorbei oder nicht ja den wird jetzt glaube ich ich will jetzt momentan noch nicht mal leben ja gut meine freunde das kann man auch mal machen ja gut ich spiele gleich wieder warte kurz mit mir noch paar flaschen ja erstmal quest für die machen und denn na klar standard das erzählt bei mir gerade nicht zu viel ja hallo wo ist das für scheuchter nicht denn das zu sch symmetry zu sch zu sch ja ja Ja, ja. Hätst du das Mann nicht gesagt, oder? Du kannst die wenigstens hochheilen, ich kann nicht. Klar, dann kannst du auch noch mal schön die sitzen kannst. Hab ich gemacht. Bloß die halten ja immer nur eine gewisse Zeit. Und dann verlangsamen die ein und da hier sowieso nicht der schnellste bin im Laufen. Ohhhh. Uffa. Die Schnetzeln da um die umher, Alter. Vergisst du mich, kannst vergessen. Oh, da kommt noch mehr. Huch. Da kommt noch mehr. Na, ist egal. Ich mach das. Ich mach das hier noch. Das könnte nur ein bisschen dauern, aber ich mach das noch. Und Ege hat mich jetzt auch grad ins Team angeschrieben. Und schon wieder. Ich mach das, ich mach das hier noch. Wenn wir mal hier ein bisschen hin. Oh, ist gar keine Ahnung. Was hat den gemessen? Boah. Ah. Fuß abgerutscht. Ah. Was bist du so negativ zu mir aus zu einander Waffe? Ne, David. Ich mein, wir sind einfach von Heiler, glaube ich. Ich mein, du kannst dich zwar die ganze Zeit wieder hochheilen, aber... Guck mal. Guck mal, wenn ja nicht weniger. Na klar, beruhig dich doch mal. Das geht halt nicht so schnell mit mir, wenn ich mit AOE hier anfange. Aber ich hab mir schon 30 Millionen gemacht. Ja. Na, das ist immer weniger. Oh, also kurz wieder hochheilen jetzt hier. Es geht nicht mehr. Ich seh die jetzt mal bei mir halt drunter. Dann guck mal. Guck doch mal, was ist denn das hier mit dir. Ich wollte den Ali nicht angepacken. Es tut mir doch leid. Jetzt kommt noch eine dazu, oder? Ne, die Leute. Nö. Guck doch mal. Oh. Wer sagt das, den ich nicht schaff? Hä? Gg. Das wäre jetzt an dennehm. letzten recken aber denn du schläpp doch jetzt junge gg alter ich hole jetzt mit massenwiederbelebung her und daher so jetzt kann ich jetzt endlich mal ach so du musst es mal machen setzen das ist gleich so darf ich jetzt auch nur so ja so wie viel flaschen jetzt noch nicht mehr zu viele flaschen wo ich nur acht stück und guck mal den da müssen wir den den da müssen wir jetzt hinterher warum oder hast du die quest mit den drei briefe schon fertig siehst du hätten wir den einen hinterher müssen ich weiß doch nicht wo du jetzt gerade bist keine ahnung ich würde es nur 20 flaschen da gehen wir auf deinen Prozent nicht ohne Flaschen dann hast du den ganzen Markt voller Flaschen 19 und eine noch irgendetwas stimmt nein 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 die wird oder entdeckt schon wieder jetzt war ich noch die Stapelbriefe ja und Stapelbriefe sind hier in der Nähe warte ich hole den ich hole den ich hole den äh äh wir stehen jetzt nehm dich wie viel brauchst du denn noch 0 von 3 na doch nur so viele ne gut dann würde ich jetzt sagen dass du mal auf das Pädchen gehst und vorsicht da läuft ne PAD derjenige der da rumläuft mit dem Prüf der jetzt hochkommt den anladen den 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 sofort anklicken hier hier gut hast du sie denn schonmal was verbergt ihr dann wieder aufs Pädchen ich wäre beinahe erwischt worden alter ja das kenn ich jetzt muss mal gucken wo jetzt hier gleich noch einer rumläuft da vorne ne hier hier und vorsicht 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 der kann dich entdecken uh ha nein fuck it was kannst du gar nix danke du warst noch drinnen du warst komplett drinnen gelassenheit ist draußen macht damage ich halte ihn jetzt schnell hoch weil die Elite ist ja root kann man machen muss man aber nicht ich hab grad momentan irgendwie hier grad so leichter Framer wo ich mir jetzt das war Wahnsinn aber gut oh Arne ähm da kommt noch jemand da kommt noch was hier da da die Dame anklicken oder töten je nachdem da nehme ich nochmal das gewisse etwas was du brauchst ne weil die andere da hinten fertig so die hab ich fertig schraubebriefer alles klar können wir sehen aber ich kann noch nicht jetzt kann ich die Maske jetzt wieder aufsetzen mhm dann gehen wir die Quest jetzt mal abgeben und dann ja welche geben wir zuerst ab eigentlich kack egal ne ist kack egal ich weiß nur dass ich grad aus und soll sie mal Überlänge haben hast du mal vorgeguckt wie viel Überlänge ja mein Gott ja meine Freunde dann sag ich mal von hier aus schon hier geben sie das noch fix ab und dann morgen werdet so das abgegeben dann sag ich schon bis zum nächsten mal und auf Wiedersehen Tschüss Tschüss und dann dann dann